. Ihr müsst mich wirklich nicht die ganze Zeit beobachten. Macht mich vollkommen nervös. Ihr müsst mich nicht die ganze Zeit beobachten. Du bist ganz genau wie dein Vater. Kaum legst du deinen Kopf auf den Kissen, bist du weg und schneichst. Dich hab ich heute Nacht sogar bis vors Haus gehört. Auf Gesundheit und ein langes Leben. Ist ein Witz, oder? Was ist ein Witz? Nichts, vergiss es. Was? Nichts. Aber was ist denn hier für eine Luft? Ich mach mir Sorgen um dich, Edmund. Du musst mehr essen. Du bist viel zu dünn. Wenn du isst, wird alles wieder gut. Versprich mir, dass du essen willst, Edmund. Du bist mir zu lieben. Ja, Mama. So ist brav. Das ist gut. Das ist gut. Oh, was ist das? Ich rufe dich Podcast. Oder du bist. Ich rufe dich. Ich rufe dich. Also, du kannst alle, die du in die Luft hast gerhusen. Das ist ein Witz. Ich rufe dich. Ich rufe dich. Ich rufe dich, zu wenn du darfst. Ich rufe dich. Ich rufe dich. Kaum. Ich rufe dich. Ich rufe dich. Oh, was ist das? Da schreit dich. Untertitelung des ZDF, 2020